Ich gebe dir heute 5 effektive Tipps für die Arbeit mit Automation in Logic Pro. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal erster Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz zu Beginn, falls du neu dabei bist mit Logic, falls du dich noch nicht so gut auskennst oder falls du noch Probleme hast und das ganze Programm überwältigt dich ein bisschen, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du schneller und effektiver in Logic arbeiten kannst. Also unbedingt runterladen. Im ersten Kommentar unten habe ich es dir angepinnt. Automation ist sowohl beim Sounddesign als auch beim Mixing eine wichtige Technik, die du unbedingt beherrschen solltest, übrigens egal in welcher DAW du arbeitest. Mit Automation kannst du Filterfahrten programmieren, du kannst Elemente im Stereofeld von links nach rechts wandern lassen oder du kannst Instrumente lauter oder leiser werden lassen. Und damit dir das in Logic Pro einfacher von der Hand geht, fangen wir jetzt gleich an mit Tipp Nummer 1. Die Automationsansicht öffnest du entweder über diesen Button hier in Logic im Arrangementfenster oder über den Tastaturkurzbefehl A. Okay, der Tastaturkurzbefehl ist mir grundsätzlich lieber. Und dann siehst du hier schon verschiedene Automationsparameter. Und das sind sehr, sehr viele, die du hier siehst. Deswegen kommen wir jetzt gleich zu Tipp Nummer 1. Und zwar, wie du schnell die Automationsparameter findest, die du automatisieren möchtest. Ich habe hier meinen ES2. Das ist ein Synthesizer in Logic selber. Und nehme mir mal an, du möchtest jetzt hier den FM-Drehregler automatisieren. Du möchtest die Automation einzeichnen. Jetzt kannst du hier natürlich suchen nach dem FM-Regler. Da wünsche ich dir viel Spaß, weil da sind unglaublich viele. Und deswegen ist es viel einfacher, die Automation zunächst mal als Testautomation direkt einzuzeichnen. Dann findet er nämlich automatisch diesen Regler. Dazu gehe ich hier in die Touch-Automation. Touch-Automation bedeutet, ich kann direkt die Automation einzeichnen. Ich muss gar nicht Record drücken oder sonst irgendwas und an dem Drehregler drehen, den ich automatisieren möchte. Und das mache ich jetzt mal. Das war es schon. Danach solltest du immer gleich wieder in Read zurückgehen, in den Read-Modus, damit du nicht aus Versehen irgendwas anderes einzeichnest. Okay, jetzt haben wir hier unsere wunderschönen Automationsdaten. Ich mache die mal ein bisschen größer. Und du siehst, das sind ganz schön viele. Nehmen wir mal an, du möchtest diese Automationsdaten jetzt wieder löschen, weil dir die Automation nicht gefallen hat. Du kannst jetzt hier einzelne Punkte löschen, indem du doppelt darauf klickst und übrigens neue einzeichnen, indem du auch doppelt darauf klickst. Es würde jetzt relativ lang dauern, diese ganzen Automationspunkte hier zu löschen. Es würde ewig dauern. Du kannst es auch markieren hier, was aber auch ein bisschen unübersichtlich ist. Und deswegen zeige ich dir jetzt Tipp Nummer 2, und zwar wie du Automationsdaten sehr schnell löschen kannst. Das geht ganz einfach, und zwar indem du die Option-Taste gedrückt hältst und ins Feld doppelt klickst. So hast du automatisch alle Automationspunkte markiert. Und dann gehst du einfach über die Löschen-Taste hier rein und die Automationspunkte sind wieder weg. Probieren wir mal eine andere Automation mit einem anderen Wert, ob das vielleicht interessanter klingt. Ich gehe wieder in die Touch-Automation und probieren wir jetzt mal den Cut-Off-Filter. Okay, wieder hat es sehr schnell funktioniert. Wir gehen hier wieder auf Read. Ich mache es nochmal größer, damit du alles sehen kannst. Und jetzt haben wir hier die Werte für den Automationsparameter LPF Cut-Off. Was du jetzt auch sehen kannst, ist, dass das wahnsinnig viele Automationspunkte sind. Das ist bei der Touch-Automation meistens so. Das sind wahnsinnig viele Punkte und das ist sehr, sehr übersichtlich. Wenn ich jetzt hier so eine Kurve verschieben wollte, dann würde das sehr lang dauern. Und deswegen kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 3. Und das ist, wie du die Automationspunkte schnell reduzieren kannst, und zwar über das Radiergummiewerkzeug hier. Ich gehe also hier in mein Radiergummiewerkzeug und jetzt siehst du, wenn ich jetzt hier ziehe, dann kann ich sehr schnell ganz viele Automationspunkte löschen. Und das macht natürlich jetzt diese Automation hier viel, viel übersichtlicher. Okay. Und ich kann auch viel mehr jetzt hier verziehen, verschieben, kopieren. Das macht das viel einfacher als mit so wahnsinnig vielen Automationspunkten. Übrigens kleiner Zusatztipp. Wenn du jetzt die Automationskurvenform anders machen möchtest, kannst du das mit dem Automationskurvenwerkzeug machen. Du kannst jetzt also hier, könnte ich jetzt die Kurve einfach so verschieben, wie ich wollte. Wenn du hier nach oben ziehst, bekommst du mehr eine gebogenere Kurve. Wenn du nach unten ziehst, bekommst du eine gebogene Kurve in die andere Richtung. Und wenn du in die Mitte ziehst, bekommst du eine S-Kurve. Das als kleiner Zusatztipp. Aber jetzt geht es weiter zu Tipp Nummer 4. Ich lösche jetzt nochmal hier die Automationsdaten mit dem vorher gezeigten Trick. Markieren über Doppelklick A, in die Region klicken und wechseln sie. Bei Tipp Nummer 4 benutzen wir das Marquee-Tool. Und zwar, wenn du eine Automation einzeichnen möchtest, die zum Beispiel so aussieht, dass du einen bestimmten Teil, ich zeige es mal in der Spur, einen bestimmten Teil hier runterziehen möchtest. Zum Beispiel, ich möchte, dass jetzt diese vier Schläge oder drei Schläge hier leiser sind. Dann siehst du, ich muss hier vier Punkte einzeichnen. Den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten. Das dauert wahnsinnig lang. Stell dir mal vor, du machst das jetzt für einen Song, der irgendwie fünf Minuten geht. Das ist ganz schön lang. Und deswegen gibt es auch hier einen Trick mit dem Marquee-Tool, wie es viel schneller geht. Ich nehme hier also mein Marquee-Tool her. Das habe ich mir oben als Command-Klick-Werkzeug angelegt. Und jetzt kann ich hier die Bereiche einzeichnen oder markieren, die ich leiser machen möchte. Und jetzt muss ich einfach nur, siehst du, an der Automationskurve ziehen und kann so die Automationskurve runterziehen. Und das geht natürlich viel, viel schneller, als wenn ich jedes Mal vier Punkte zeichnen müsste. Bei Tipp Nummer fünf möchte ich jetzt noch auf eine Frage eingehen, die ich sehr, sehr oft zum Thema Automation gestellt habe. Und zwar, was der Unterschied zwischen regionsbasierter und spurbasierter Automation ist. Du siehst hier oben einen Button, wo du das umstellen kannst. Hier haben wir jetzt regionsbasierte Automation und hier unten siehst du, haben wir spurbasierte Automation oder trackbasierte Automation. Was soll das jetzt bedeuten? Was ist der Unterschied? Eigentlich ist es ganz einfach. Die regionsbasierte Automation benutze ich bei Automationsdaten, wenn ich Regionen zum Beispiel kopieren möchte. Und ich möchte, dass die Automationsdaten mitkopiert werden. Wenn ich jetzt also hier über den Tastaturkurzbefehl Command-R diese Spur kopiere, ja, kleiner Bonus-Dipp hier. Einer meiner Lieblings-Shortcuts, Command-R. Über Command-R kopierst du schnell Regionen hintereinander. Dann siehst du hier, dass er mir die Automationsdaten direkt mitkopiert. Die spurbasierte Automation benutze ich mehr für globale Automationseinzeichnungen, wie zum Beispiel Volume-Automation oder Panning-Automation. Wenn ich also möchte, dass eine Region oder ein Instrument nach links und rechts im Stereofeld gepannt wird. Ich schalte jetzt mal hier um und jetzt scheint die regionsbasierte Automation verschwunden. Du siehst sie hier nicht. Wenn ich wieder zurückschalte, siehst du sie wieder. Aber das Coole ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, eine spurbasierte Automation noch einzuzeichnen. Und zum Beispiel möchte ich jetzt, dass das Volume langsam ansteigt. Okay. Und dazu kann ich jetzt hier in meiner spurbasierten Automation eine zusätzliche Automationslinie einzeichnen. Okay. Ich möchte also, dass es langsam ansteigt, während in der Track-basierten Automation dieser Cut-Off-Filter läuft. So heißt es auch mehr Übersicht, ja. Also das ist jetzt ein globalerer Befehl. Wir können zum Beispiel auch noch ein Panning machen. Das mache ich auch oft mit dieser spurbasierten Automation. Und zwar, wir können jetzt es so machen, dass es von links nach rechts runterfährt zum Beispiel. Und jetzt habe ich also hier mehrere Automationsdaten. Das wären jetzt hier so die globaleren Dinge, Pan und Volume. Und hier habe ich meinen Cut-Off-Regler. Hören wir nochmal kurz rein, wie es klingt. Ja, und das ist der Hauptunterschied zwischen regionsbasierter und spurbasierter Automation. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Hast du diese Tipps gekannt? Hast du überhaupt schon mal mit Automation gearbeitet? Oder benutzt du das? Und wenn ja, für was in deinen Produktionen? Das interessiert mich. Schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Falls du weitere Tutorials zu Logic Pro anschauen möchtest, dann empfehle ich dir hier meine Playlist. Da habe ich weit über 100 Logic Pro Tutorials vorbereitet für dich. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.